Mehr Übersicht erleichtert die Arbeit. Deshalb setzt die Schreibmappe Hannover auf sinnvolle und klare Strukturen. Das betont reduzierte Design verbirgt ein durchdachtes Innenleben. Zwei Stifte finden in den Schlaufen Platz. Einsteckfächer bieten Raum für Visitenkarten und Notizhefte. Clever gelöst! Die beiden Taschen halten dahinter abgelegte Dokumente ordentlich zusammen. Sie behalten jederzeit den Überblick. Ganz egal, von welcher Seite Sie die Mappe nutzen. Ebenfalls praktisch, der Blockeinschub nimmt Abreißblöcke genauso zuverlässig auf wie Spiralblöcke. Die Blöcke können von allen Seiten eingeschoben werden. So ist die Mappe sowohl für rechts- als auch Linkshänder geeignet. Selbst mit voller Befüllung bleibt die Schreibmappe handlich und schlank. Für jeden Geschmack gibt es die passende Farbe. Das kleine Organisationstalent für Studium und Beruf. Mit der Schreibmappe Hannover behalten Sie einen klaren Kopf.